Mehr als vier Millionen Menschen in Deutschland leiden an einer chronischen Wunde. Im sächsischen Wundzentrum Muldental kümmert sich ein Team aus zertifizierten Wundexperten um den Oberarzt Dr. Stefan Bello, seit zwei Jahren um die Betroffenen. Das gesamte Personal ist dabei stets bemüht, den Patienten einen Wiedergewinn der Lebensqualität zu ermöglichen. Wir sind eine Station, die spezialisiert ist für die Behandlung von Patienten mit chronischen Wunden, mit septischen Befunden. Das sind Befunde, die vier bis sechs Wochen lang bestehen bei den Patienten, die nicht abheilen. Normalerweise hat die Natur das so eingerichtet, wie wir das alle in unserem Leben schon mal erfahren haben. Wenn wir uns eine Schnittverletzung, eine Schürfwunde zuziehen, nach vier, sechs, acht Wochen, hat die Natur das von alleine geregelt. Die Wundheilung funktioniert im Körper. Wenn dies nicht funktioniert, muss es dafür Gründe geben. Eine chronische Wunde bedeutet für die Betroffenen immer eine persönliche Einschränkung der Lebensqualität. Eine Reduzierung von Freizeitaktivitäten bis hin zu einer drohenden sozialen Ausgrenzung. Anhand eines Fragebogens und einem persönlichen Gespräch bei der Aufnahme der Patienten wird ein individueller Plan der Behandlungsstrategie sowie der Pflegemaßnahmen erstellt. Welche Probleme hat der Patient in Bezug auf die Wunde und in welchem Maß beeinträchtigt sie sein Leben? Ebenso werden Probleme bei der Bewältigung der Alltagsaktivitäten und die Möglichkeiten der Selbstversorgung erfragt. Diese und weitere Angaben ermöglichen die Erstellung des Pflegeplanes, immer mit dem Ziel, die Wünsche der Patienten zu berücksichtigen und die Wundheilung effizient zu unterstützen. In den Pflegealltag eingebunden wird der Betroffene während seines Aufenthaltes im Krankenhaus angeleitet, geschult und beraten. Neben vielen Informationen bis zur Wundursache, zeitlicher Erwartung der Heilung und Einhalten der verhandlungsunterstützenden Maßnahmen, lernt der Patient auch den Umgang mit Beschwerden wie geschwollenen Beinen und Juckreiz. Das Wundzentrum im Grimauer Krankenhaus ermöglicht eine umfassende Diagnostik und Therapie in Zusammenarbeit mit verschiedenen Kooperationspartnern. Dafür stehen modernste Untersuchungstechniken und engagierte Spezialisten zur Verfügung. Dabei immer mit dem Ziel, die Therapie im Sinn der Beschwerden und Wünsche der Patienten zu optimieren. Durch festgelegte Behandlungsabläufe kann eine leitliniengerechte Diagnostik und Therapie bei gleichbleibender Qualität ermöglicht und erhalten werden. Bei betroffenen Patienten mit typischen chronischen Wunden wie beispielsweise Dekubitus und Ulcus curis stehen vielerlei Kontaktmöglichkeiten zum Wundzentrum offen. Wir haben verschiedene Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist über den behandelnden Hausarzt oder die Hausärztin, dass der Patient über die Hausarztstrecke zu uns kommt. Die zweite Möglichkeit ist natürlich, dass die Patienten bei uns anrufen, dass sie telefonieren können mit uns, herkommen, dass wir uns die Befunde anschauen. Die dritte Möglichkeit ist auch die digitale Welt über Computer. Es gibt einen Internetauftritt, dort gibt es Kontaktdaten, dass auch auf diesem Weg uns Befunde zugesandt werden können. Und natürlich stehen wir auch für Zweitmeinungen zur Verfügung, wenn Patienten woanders schon behandelt werden und über den Hausarzt oder auch selber einfach nochmal eine Zweitmeinung. Es sind ja chronische Wunden, die manchmal auch einfach sehr lange brauchen zum Abheilen, dass man sich das nochmal mit anguckt und manchmal auch noch eine gute Idee hat. Für die optimale Versorgung der Patienten stehen ein engagiertes Team mit Erfahrung in der Wundversorgung sowie ausgebildete Wundexperten und weitere medizinische Möglichkeiten in der modernen Klinik zur Verfügung. Außerdem wird in der richtigen Handhabung und Nutzung verordneter Hilfsmittel angeleitet, um das Vertrauen der Patienten in die eigenen Fähigkeiten zu stärken und die häusliche Versorgung zu optimieren. Dabei immer zum Ziel, die Abheilung oder Linderung der Befunde für eine bessere Lebensqualität. Vielen Dank.